Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, es ist bald. Es ist bald morgens vor Weihnachten und ich will immer noch spielen und äh, also jetzt sind echt bei uns. Jetzt, wenn ich aufnehme, es ist bald Weihnachten und ähm, ich weiß nicht mehr. Ich muss sagen, es ist echt anstrengend für mich, mit sechs Leuten in einem Haushalt zu spielen, weil normalerweise hab ich vielleicht zwei oder maximum drei Leute. Heißt dann gleich aus Versehen Kinker. Aber sonst, hab ich nicht so viel. Okay. Und es geht irgendwie schon wieder weiter mit irgendwelchen Hackern. Bist du ziehen? Treufer. Ist jemand am... Achso, der ist im rumheulen aller... Ach, so einen anderen Tag. Ich will nicht mehr. Videospiel oder App programmieren. Ja. Es geht wohl erst viel später. Die schlafen alle noch, sie bald nicht mehr. Als Straßengünstlerin auftreten, auch mit einem Werbespot Gold verdienen. Und... Die Katze nervt schon wieder. Und... Die Katze nervt schon wieder. Hähn, wie ein Pirat-Tag. Yarrr. Es wird Zeit, den Freibotterslang zu üben. Fühle dich ermutigt heute wie ein Sollte. Pirat. Brechen. Okay, dann... Reste nehmen... Was? Was denn? Wo? Was? Ich hab nirgend... irgendwas. Nein, ist der wieder verpackt. Ohne Scheiß, ich... Kaff dir jetzt ein normales... Ding. Das hier verpackt ist. Und dann achte ich... Äh... Und das hier. Tut mir leid. Geht nicht anders. Das ist echt blöd. Der hat jetzt schon wieder die ganze Nacht durchgeduscht. Und das ging ihm nicht besser. Nein, nicht, 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 nicht. Du gehst jetzt gleich schlafen. Du gehst jetzt gleich schlafen. Sucht ein... Was? Sich in die Kuh gehauen. Yo. Duschen. Irgendwas programmieren? Kräste essen. Und sie... Schmaus zubereiten. Die braucht's nicht. Wo geht's hin? Äh... Reden wie ein Pirat. Stimmung teilen. Ja... Äh... Ich will mitmachen. Ich musste mein Headset wieder einschließen. Ähm... Beides... Piepste. Ich hätte eigentlich noch geschlafen, aber egal. Es passt gut. Locus benutzen. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Abstrich bei einem Patienten nehmen. Bei einem Patienten plaudern. Okay, nehmen wir einen kleinen. Ähm... Bitte zu gehen, genau. Äh... Abstrich. Abstrich. Wie nehm ich denn einen Abstrich? Im Erfolgreich eine Probe von einem Prozent nach der Untersuchung schläge. Abstrich lässt du den Probefaden wie jetzt hier verschmutzt. Also geh ich so hart fertig vor. Jaaa... Abstrich nehmen. Abstrich nehmen. Tiendergen. Dem geht's gut. Es ist ne Wittzeit. Ach du... Abstrich nehmen. Abstrich nehmen. Abstrich nehmen. Abstrich nehmen. Das steht einfach 1, aber ich weiß nicht, wie zu. Kannst du gehen? Das ist mein Patient. Okay, kann ich gehen. Okay, sind behandelt, hier hast du, hier hast du, bis die da fährt nicht hin. Komm, legt euch hin. Ihr bitteschön. Ein Inventar wird sich hinweglaufen. Was soll ich mir abholen? Okay, geht gut. Die ganzen Katzen. Was soll ich nehmen? Nein. Hannibal, bitte. Untertitelung im Auftrag des ZDF Ah, wie Ball. Ah, die Katze. Und ich meine Ruhe würde spielen können. Nein, ich setze mich jetzt nicht auf ihn drauf. Aber die liegen meistens immer hinter mir. Wie? Abstrich nehmen. Ich will einen Abstrich nehmen. Geht das jetzt nicht? Jetzt ist er weg. Hier ist das Kitzchen. Ah gut, ich habe einen Abstrich genommen. Nein, nein, nein. Ich brauche nicht zwei. Ohren des Patienten. Besuchen. Wollte ich nicht. Ohren. Wollte ich nicht. Ohren. Wollte ich nicht. Ohren. Ich denke, eine Session. Okay. Ich glaube, ich sollte schon Ärzten werden zum Umschluss. Konzentriert. Ich weiß halt nicht. Jetzt habe ich keinen Tee getrunken. Ich glaube, sie würde sie auch denken. Aber es stimmt. Blhhhh. Und mir fehlt noch Schlaf, aber egal. Absicht analysieren. die probe essen bringen ja ich glaube ich brauche gleich wieder einen kaffee bald geht das noch länger Und dann ließe ich sie üben, achso. Jetzt heißt es, jetzt ist es? Okay. Ist gut. Ich glaub das ist genau das, was ich mal geübt hab die ganze Zeit. Achso ja, die ganze Zeit. Schau dir das an, ich hab ja mega viel. Molra macht das, super. Aha. Jaja. Das sollte ich nicht rausziehen. Ich bin dabei. Oh. Ah, was denn? Patienten. Dann geb ich noch mal einen Patienten ab. Aktion. Nein, freundlich. Nein. Patienten übergeben. Ich bin dabei. Wo ist denn da oben drin? Hab ich es? Eine andere Abschicht. Das Typ. Oh oh, mein Kaffee geht alle. Okay, ich behandle die Maschinen. Geht er nicht üben? Ich mach dann Abschicht. Äh, das war mir nicht, aber Elsa. Ich hab heute nicht viel geschafft. Und das, was ich müsste, das hab ich geschafft. Na, ich weiß. Da wird's weg von meiner Ispeltwind. Ja, das ist gut. Ja, mach ich auch nicht mehr. Die muss schlafen. Die müssen alle schlafen. Ist ganz schlimm geworden hier. Ja. Und das Uhren. Uhren. Zintenbehandel. Oh, sie ist bald um einschlafen. Sieht genau aus wie bei Alien. Hm? Ja. Hauptsache, das ist ja ein Kaktus. Find ich gut. Okay. Aufgeschlossen mit Testgeweben. Die Chemische Analyse wurde kein Ergebnis verziehen. Ich weiß, sie ist müde. Sie ist wirklich blöd. Sie ist wirklich blöd. Oh, toll gesagt. Ähm, Tempoto messen. Was? Auch wenn wir das Patienten untersuchen. Das muss so. Okay. Irgendwas mit Gas geben. Das ist zwar klar, aber... Ey. Ganz ruhig. Sie war mit totalem Schlafmangel da. Muss auch immer. Jetzt schnell ins Bett. Jetzt schnell ins Bett. Was machen wir denn? Warum? Was ist denn ihm? Das baut eigentlich nachher auch mal was zu essen. Okay. Einen Moment. Sehen sie sich an. Dann... Gehen sie jetzt hoch. Putschen jetzt immer. Und dann... Gehen sie nicht da, sondern da. Gehirndoping. 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 Ich mach Gehirndoping. 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 Geh weg! Danke Sombra. Gehirndoping. 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 Ich leid. Ach der ist weg. Das ist gelangweilt, ja. Sie braucht einen Job. Jawohl, Gitarrenfähigkeit, krass. Das wird anscheinend schneller weniger. Ist nicht mehr so peinlich. Das kannst du auch mal essen. Du, was machst du jetzt? Das ist ein bisschen Interaktion. Okay. Eins, zwei, drei. Ich glaube nicht. Welcher Grusel-Chat. Hm. Kettenbrief schicken an Cassandra Grusel. Das sind alles Grusels. Ha. Warum isst du denn nicht? Reste nehmen. Dann hat nachher, weißt du. Ah, mit dessen servieren. Was fährst du? Ein. Gemüse-Zeigtaschen. Lebensmüde. Ingen mehr. Wo ist denn da? Oh. Ah. Ah, Franken. Fragen wie die Winde wehen. Ey, du. Ich muss jetzt auf Klo, ja? Ich muss jetzt auf Klo, ja? Was? Als wir uns übertusen. Papa, rum. Sie mal. Alle sind gelangweilt. Ich muss schon wieder schlafen liegen. Niemals abgeschlossen. Ich habe freie Socken für dich. Schlafen liegen. Oh, was? Ich hab's nicht. Das hat die Putzfrau aber nicht vergetan. Ver-ecker. Gut. Jetzt ist die. Wieder kann kochen. Wie sind das alle? Fähigkeit. Stimmt, ich wollte ja... Wo ist die denn? Da. Moment, da platzieren. Und dann hier hingehen. Oh. Da sieht man kein Zeichen. Ha, ja, inspiriert. Da. 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 Die. đãύng Weitzner. Nerven eigentlich schlecht gespielt, Insel. Ja, hör bitte auf. Bekleidung... Ah, halt, stopp! Wollen wir da abbeziehen? Oh, ey. Tuchfühlung hin. Heimelsteig. Okay, was gibt's hier? Achso. Dockteil? Nein! Nee! Das durchfühlen, ich will... Nein. Angraben. Könnt euch angraben. Die kann ich nicht. Alles klar. Was? Welche Maske? Es herrscht Krisenstimmung. Die Hälfte der Bande will bei ihrem nächsten Raub über Falschkrie-Masken tragen. Die andere Hälfte bestellt auf Glanz-Masken. Dieser Streit um Ganoven-Mode droht zu eskalieren. Soll sich Kande als Anführer des Rings einmischen und für eine Seite Partei ergreifen oder sich außer Neutral bleiben. Einmischen. Kande flippt aus und versucht den Streit mit einem Tanzwettbewerb beizulegen, was genauso schief geht, was bereits abzusehen war. Am Forteinflößer sind jedoch die Ganoven, die tatsächlich versuchen zur Verteidigung ihres Standpunkts zu tanzen. Nichts wurde entschieden. Leicht und verschlechten Mittelgruß. Okay. Dann war's Blut. Sie schläft auch? Schlafen? Sie schläft auch. Die macht jetzt dann gleich auf. Hat sie noch was in den Rings? Nein. So, Ristin hin. Was gibt es denn zu tun? Ich muss hacken. Sowieso. Hacken. Plugin programmieren. Das ist, glaube ich, auch ein Programm. Okay, nein. Da muss ich, glaube ich, zuerst. Ein Moment. Programmieren. Üben. Hier geht's gut. Kommt man wieder nach Hause? 3 Uhr. Sobald. 4 Uhr sogar. Fühlt ungut. Okay, er hat's ausgezeichnet. Er wird vielleicht auch befördert. Weiß nicht. Mit dir schmeckt's? Iiiiii. Rüh dich weiter. Acht Minuten Zeit Weihnachtsdag. es ist okay das sind lampen alles dachgott hier so mega hell geht doch gar nicht aha ja ja da geht's suchen ja das das habe ich auch schon gemacht ja das habe ich auch schon mal programmiert ja das ist langweilig könnten sein radio feststellen wo ist er so ist aber selbst warst ich auch mal genau jetzt noch fertig bevor die anderen kommen ich glaube nicht ich glaube nicht ich habe es ich habe es ich habe es ich habe es Level 6? Kann ich's denn jetzt hacken? Ich hack jetzt einfach alles. Alles, was es gibt. Der sollte jetzt dann bald kommen, oder? 3 Uhr. Natürlich würde ich erstmal essen. Ist das noch gut? Ist das noch gut? Wurde nicht befördert. Schade. Mal schauen, ob ich jetzt endlich... Oh man, einfach duschen kann. Oder wieder schlafen. Tschuck, tschuck. Oh, ich nehme an. Ja, schäme ich hin, tschuck zu. Nee, ist nicht toll. Nee. Was hat er denn? Schmerzen von der Arbeit, ob es sich um einen Schreibtisch stoppen und körperliche Arbeit handelt. Beide können mit Geschwätz verursachen. Okay. Okay. Das heißt eigentlich, hier könnte ich noch so ein Sarge-Tisch stehen. Vielleicht... 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 Er ist selbstsicher. Er ist selbstsicher. Selbstsicher sind häufig zuversichtlich. Wegen... Wegen? Voller zuversichtlich wegen der Arbeit. Okay. Takte knüpfen. Taktik knüpfen. Tuk, 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 tuk. Ob die Logikfähigkeit weiß. So. Verwinden und duschen und dann schlafen irgendwann. Was tut die? Was tut sie denn? Was tut sie denn? Was ist denn ihm? Hat sie ja nen Job? Äh... Genau. Hau nicht mal Fähigkeit, hab ich ja schon. Was tust du? Hast du schon alles gehackt? Ich glaube nicht. Bis bald. Nichts. Schau. Ach, das wird gierig. Nichts. M-The-Ali-Ka-Ka-Sie. Oh, Moment, da ist er auch schon noch. Heiß. Oh, Leitung. Toll. Sie kann das hoffentlich. Ich spreche nochmal kurz schnell. Es hat eigentlich nichts passieren, aber trotzdem. Ich will nicht, dass jemand stirbt. Okay. Du darfst reparieren, Mäuber. Sie hat Geschicklichkeit 0. Oh. War das Sigma das? Ah, er hat Geschicklichkeit 3. Ach so. Ihr geht's jetzt nicht gut, weil es, äh, ein Sauber ist. Aber sonst geht's hier gut. Ah, kannst du benutzen und Massage erhalten und duschen. zu reparieren, oder? Irgendwas. Ja, du fühlst dich jetzt ultra schmutzig, ich weiß. Ist ja schon gut. Hast du die nehmen, bitteschön. Sigma hat schon gegessen, auch schön. Äh, hast du deine Hausaufkommen gemacht? Oh ja, so. Oh ja, so. Da war ja was. Ich hab nur Dienstag und Donnerstag. Ach so. Da hab ich ja reichlich Zeit zum irgendwas machen. Hassaufgaben hab ich abgeschlossen, oder? Oh, ach so. Könne ich das? Ich könnte das verkaufen. Äh, was wollte ich? Universität. Abschlussarbeit. Ne, jetzt kann ich hier einmal alleine gehen. Ja, also, sorry, gell? Sie geht ja gleich. Tschüss, meiner, macht's gut. Muss arbeiten gehen. Doch, geknetet. Ein Massage will ich wirklich beleben. Gut. Hat die Videospiel was? Sieben sieht gut aus. Auch wenn weitere Überarbeiten nicht mehr deutlich verbessern werden, sind sie eben hohen Stoff noch stärker zu verrichten. Wie jetzt? Ich muss die ganz kurz noch einmal hinsetzen. Abschlussarbeit. Darf ich? Moment. Oh, ihr reist zur Arbeit. Ja, das ist toll. Sie ist überhaupt... Sie ist halt nicht konzentriert jetzt. Okay, dann reich sie ein. Worauf wartest du denn? Einreichen? Universität. Lernen. Noch mehr lernen? Haha, ich bin toll. Teile plündern. Okay. Sigma kann das. Danach kann er ja, äh... ein mathematisches Diagramm zeichnen. Ach, die Leute sind auch schon wieder wach. Ne, der ist noch nicht geschlafen gegangen. Hier ist immer wieder wach. Und er... ist schon wieder heimgeblieben. Ich schwör's. Ich weiß nicht warum. Der kriegt jetzt dann halt nur eine... eine Dusche. Ich geh denn fünf, du fährle ich drei. So. Ich weiß nicht wieso, aber bei ihm leckt das voll rum. ist müde. Ja, toll. Die dancen. Sender wechseln. Und zwar... Oh. Was war das mal? Hat ihn wohl? Hab ja! Amelie tanzen. Zieh dich mal an! Komm, Amelie, du kannst auch tanzen! Ich hab dich gewillt tanzen. Ich hab dich gewillt. Okay. Ich hab dich gewillt. Ich hab dich gewillt. Ich hab dich gewillt. Ich hab dich gewillt. Zieh dich mal an! Ich hab dich gewillt. 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 Auch die Vorschl vierten예enzen. Videospielen oder App programmieren. Ja. Du kannst nachher auch mal schlafen gehen. Endlich. Sie macht das. Komm, mach das. Ah ja. Ja. Und schaut aber doch mal irgendwas. Kann man das hier aber auch stellen. Okay. Okay. Was ist jetzt süßig? Was? Was ist das so toll? Chaos am Strand. Alle auf der Interstein scheinen ständig gute Laune zu haben, alle sind so hilfreich und nett. Es nervt. Was dann ein bisschen Chaos in den Strängen anrichten wird, zeigen wie man richtig Spaß hat. Beweisaufnahme. Was sind denn das für hinterließige Dinge? Last minute Strand Party. Ich veranstalte hier riesige Party, bla bla bla. Hey, ihr Gelegenheit ist dabei. Ich will eine Nacht Party machen und suche den perfekten Wing-Bahn, die perfekte Wing-Bohren. Kann echt witzig sein, wenn du mich ein bisschen unterstützt. Bitte tanze nicht besser als ich. Sieht voll in einer Party-Pau aus. Möbelschleppen. Ich möchte ein paar schwere Möbel ins Lager bringen. Oder sollte ich besser sagen, ich möchte, dass du ein paar schwere Möbel ins Lager bringst. Hihi. Okay. Frösche zu Forschungszwecken. Ich forsche die Frösche auf der Insel. Kurz gesagt, ich teste sie auf Ein-Krankheiten und halte die Erbeigenschaften fest. Ich brauche so viele Exemplare wie möglich. Nach der Analyse werden die Frösche wieder in die Freiheit rufen lassen. Ich habe gehört, am Wasserfall soll man gut welche fangen können. Okay. Benötigt bis Sonntag 22 Uhr. Das ist heute. Oder wie? Ja, probieren wir das mal. Gelingen als Topraum Nummer 1. Von Mabel am Frösche am Wasserfallfang. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwo hin, oder? Nee, ich gehe allein. Wasserfall von Mabel am. Ich kenne das nicht. Sicher da, oder? Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das da ein Wasserfall hat. Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin, ob das da ein Wasserfall ist. Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin. hier hin ja ist sonst irgendwie etwas Duschen, Frösche anlocken Nackt duschen, ja genau Sag mal kommst du, oh er zockt, ok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Ah, is ja gleich Frösche fangen Sieht cool aus Aber Ich bin froh, ich bin beim richtigen hin So, Frösche fangen Also ja, du Du luckst ja erstmal Frosche an. Aber wie machst du das? Erst heute Futter rein, alles klar. Froschis? Frosche fangen. Ah! Was ist das Herz von Tulani? Frosche fangen. Das Herz von Tulani. Okay, große Erfolg. Simon hat ihren Job gestürzt und ihn schnell erledigt. Und ihn schneller erledigt, als ein Frosch eine Fliege aus der Luft fangen kann. Der Kunde war zufrieden mit der Qualität der Frosche. Vielleicht kann Zybrin ihn Schaffkarree machen oder in Frosche fangen. Okay. Dann habe ich den Job jetzt schon gemacht. Ach was, dann kann ich ja wieder nach Hause. Ciao Bunny. Alles gut. Geh ich wieder. Und tschüss. Ha! Oh, was ist das? Oh, voll. Nein, mein nicht. Ich geh gleich wieder nach Hause. Oh, da angelt jemand. Hä? Du warst gerade da hinten. Was? Spillinge. Spillinge. Das ist noch über 15 Uhr. Das heißt... Ich kann erstmal so duschen gehen. Und dann die Röste nehmen. Und sie nimmt dann hoffentlich auch gleich Röste. Und kann dann, ja, Spaß haben später mit ihm. Ja, geh schlafen. Passt schon. Was ist jetzt was? Äh, Dingschen. Programmiert. Ist der fertig? Computerwählen. Kategorie programmieren. Die Interaktion, Videospielen oder App programmieren. Programmieren. Ich hab' nichts mehr zum Punkt. Ich hab' nichts mehr zum Punkt. Mal schauen er sich an. Action-Kanal. Schau. Alles klar. Ich lass' ihn mal. Kategorie schlafen. Ach, ich hab' ein Bottas zu tun. Ja, ich hab' die DDR jetzt feiern. Die Bridger stoppiffgose veranstaltete gerade. Ihr Kategorie ist jetzt immer noch hoch. Ok. Und. Ist der jetzt auch mit dem oder was? Ist ganz bestimmt nicht geschlagen. Nein, Amelie. Du darfst nicht spielen. Du musst, äh, du musst jetzt Fisch-Tacos machen. Was ist das? Kannst du das mal reparieren? Das stirbt nicht. Ei, ei, ei. Kann ja, äh, sich färben. Oh Gott, du bist. Komm, räum. Komm du, dann räum doch auf, wenn du schon da bist. Oh, ist ja fertig. Da nutze ich auch gleich eins. Nein, gleich eins. Er hat überlebt. Ja. Ja. Ja, ja. Wer klopft denn da? Hä, du? Opfer Nummer eins? Zwei? Mein ich. Was fährst du hier? Ich hab dir doch sogar Kettenbriefe geschickt. Das tut er. Natürlich muss er jetzt blindern und kann's nicht ja machen. wegwerfen. Wegwerfen. Fisch-Taco essen. Würdest du bitte auch zuerst essen? Ist auf. Moira. Ah. Oh. Schon guter. Ist alles gut. Du hast nicht alle kilos leften.